Wisst ihr, die Shinigamis, die essen nur Äpfel. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und dies ist der erste Part zu meinem Entwicklertagebuch zu Donja und die Apfel-Quest, ein Spiel von DonF204, also von mir. Okay, Spaß beiseite zum zweiten Mal oder zum 37. Mal, wer weiß das schon, wer hat da schon mitgezählt. Und was wollte ich euch jetzt hier in diesem Video eigentlich sagen, genau. Ich habe jetzt die Woche kein neues Tutorial hochgeladen und auch nicht aufgenommen oder ähnliches. Ich werde wahrscheinlich morgen am 17. ein Flask-Let's Play hochladen, aber das ist auch noch nicht hundertprozentig sicher. Aber höchstwahrscheinlich schon. Und das auch als Premiere, weil in der Umfrage auf meiner Community-Seite hier, da, steht es momentan wirklich so, dass 82% weitere Premieren sehen wollen von Let's Plays. Und es sind zwar nur elf Stimmen, aber naja, es ist okay. Ich glaube, ich habe verstanden. Aber ihr könnt natürlich auch immer noch dagegen stimmen oder dafür stimmen, wie auch immer. Elf Stimmen ist jetzt nicht so repräsentativ. Ihr könnt immer noch weiter abstimmen. Ich werde das auf jeden Fall noch laufen lassen. So, zurück zu meinem eigentlichen Thema. Genau. Ich habe zu meinem Spiel Donja und die Apfel-Quest ein Titlescreen gemalt im Laufe dieser Woche. Ein schönes Artwork dafür. Schön in Anführungszeichen. Mehr oder weniger. Ihr könnt es ja gerne mal in den Kommentaren kritisieren, wenn ihr das möchtet. Und ich bin für Kritik offen. Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen. Der ein oder andere hat es vielleicht schon auf Instagram, Twitter, Facebook oder whatever gesehen. Und den überrascht das Bild jetzt hier vielleicht nicht. Aber ich würde mich trotzdem über eure Meinung in den Kommentaren freuen. Ich habe es etwas hochauflösender gemalt, als es am Ende im eigentlichen Spiel zu sehen sein wird. Aber ich habe es jetzt auch nicht zu detailliert gemacht. Also jetzt nicht übermäßig Details gemalt, die dann am Ende sowieso nicht zu sehen sind. Also nicht übermäßig. Ein paar Details wird man nicht sehen im fertigen Spiel. Das ist klar, weil im fertigen Spiel, im RPG Mega XP, hat das Bild ungefähr diese Größe. Beziehungsweise im Vollbild dann natürlich auch größer. Aber trotzdem ist ja die Pixelanzahl nicht höher. Es sieht dann einfach nur schwammiger aus. Also es werden auf jeden Fall Details verloren gehen. Definitiv. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Ihr könnt es euch, denke ich mal, wenn ich das Video hochgeladen habe, auch in der Videobeschreibung mal runterladen. Dann könnt ihr euch das mal außerhalb des Videos mal in voller Auflösung oder fast voller Auflösung irgendwo angucken. Wenn ihr das wollt. Und könnt es kritisieren, wie auch immer. Dann werde ich aber wahrscheinlich nur das Artwork, wirklich nur so einen Ausschnitt hier zeigen, ohne die Schrift. Ungefähr so. Aber das sollte ja kein Problem sein, denke ich mal. Weil es ist eigentlich Quatsch, dass ich das ganze Menü zeige. Das Menü möchte ich noch ein bisschen überarbeiten. Das gefällt mir jetzt hier noch nicht so wirklich. Das war auch nur so als Platzhalter gedacht jetzt erstmal. Und dasselbe gilt auch für den Spieltitel. Der ist auch eher nur so als Platzhalter erstmal gedacht. Vielleicht lasse ich es auch so. Es soll nur ein kleines XP-Projekt werden. Ich mache ja zwei Projekte. Eins für den XP. Welches ungefähr eine halbe bis ganze Stunde Spielzeit bieten soll. Auf keinen Fall mehr. Auf gar keinen Fall mehr. Ich tendiere eher mehr zur halben Stunde. Und das MV-Projekt wird dann ein bisschen umfangreicher. Deutlich umfangreicher. Ich hoffe, dass ich es jemals zu meinen Lebzeiten beenden werde. Okay. Das hoffen wir wirklich alle, denke ich mal. Nein. Ihr hofft das nicht, aber ich hoffe es. Ähm. Genau. Aber. Erstmal zu meinem XP-Projekt. Das wird etwas kleiner. Und wenn ich das dann veröffentlicht habe, fange ich dann mit dem MV-Projekt an. Das wird dann, denke ich mal, das Beste sein. Wenn ich erstmal eins nach dem anderen mache. Und genau. Ich wollte euch mein Artwork nochmal ein bisschen zeigen, was ich gemacht habe. Was ich die Woche überhaupt gemacht habe. Ich habe. Ich mache mal hier alles weg. Starten, beenden. Interessiert alles keinen. Was ist das für eine Ebene? Genau. Das war das. Das ist eine Ebene 7. Ich habe keine Ahnung mehr. Ist egal. Hätte ich mal vielleicht beschriften sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Ich habe mit der Skizze angefangen. Sieht ungefähr so aus. Die ist jetzt nicht so schön, die Skizze. Gefällt mir jetzt nicht so. Aber ich konnte damit arbeiten. Ist mir jetzt nicht so ultra gelungen. Wenn man die Skizze mit dem fertigen Bild vergleicht, sieht man auch leichte Unterschiede noch. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt sehen könnt. Also minimalste Unterschiede gibt es noch. Aber im Großen und Ganzen habe ich es so gelassen. Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, ob euch das Artwork gefällt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Mir gefällt es so halbwegs. Und ich möchte euch weiter den Entwicklungsprozess zeigen. Dann habe ich natürlich die Flats erstellt. Die haben wir hier so. Da. Dann sah das so aus. Das sah dann schon eher mehr aus wie das hier. Da sieht man, das kommt ihm schon deutlich näher als die Skizze. Und nach den Flats habe ich dann angefangen mit den Haaren, glaube ich. Genau, mit den Haaren. Auf. Ähm. Oh Gott. Na, das sehe ich jetzt gerade nicht durch. Auf jeden Fall habe ich dann mit den Haaren angefangen. Irgendwie so ein Tick von mir. Ich fange irgendwie in letzter Zeit immer mit den Haaren an. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie. Weiß ich nicht. Ich habe dann irgendwie so einen Rahmen fürs Gesicht. Als nächstes mache ich dann meistens das Gesicht. Ich finde das irgendwie ein bisschen leichter für mich. Wenn ich so einen Rahmen habe. Ich ungefähr weiß, wie das dann wirken wird. Im Gesamten mit den Haaren zusammen. Ich weiß auch nicht. Ist irgendwie, wie gesagt, ein Tick. Ignoriert das, was ich hier sage. Genau. Dann habe ich nach den Haaren. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Genau. Habe ich. Upsala. Das war ganz falsch. Da war ich wieder in den Haaren drin. Upsala. Dann habe ich angefangen, den kompletten Körper zu machen. Das sah dann ungefähr dann erstmal, nee, erstmal so aus. Genau. Und dann, aber ohne Farbe sogar noch. Ich habe mal immer alles in schwarz-weiß erstmal. Genau. Dann sah das ungefähr so aus. Und dann nach dem Verblenden der Farben ungefähr so. Und irgendwann sah es dann mal so aus. Und ich habe dann die Farben noch hinzugefügt. Und fertig war das Artwork. Ich weiß, das konnten jetzt sicherlich einige vielleicht nicht ganz nachvollziehen, was ich hier gerade gezeigt habe. Aber ich denke mal, das spielt keine Rolle. Ich wollte euch nur mal den Entwicklungsprozess dieses Artworks zeigen. Wie ich angefangen habe mit der kleinen Skizze. Kleinen Skizze in Anführungszeichen. Und es dann zum fertigen Artwork wurde. Genau. Mehr oder weniger. Ich habe jetzt nicht den ganzen Entwicklungsprozess erläutert. Das würde jetzt ein bisschen länger dauern. Dann hätte ich besser ein Video machen sollen, wie ich es male. Dazu habe ich dann meine Photoshop-Tutorials später, denke ich. Dann könnt ihr das besser nachvollziehen, was ich da eigentlich getan habe. Genau. Wie gesagt, ich würde mich gerne über Kritik freuen, ob euch das Artwork gefällt. Ich kann noch ein bisschen was zum Spiel erzählen. Ich glaube, ich habe noch nichts über das Spiel erzählt. Es geht um das Mädchen namens Donja. Ja, da steht Don im Namen. Ah, jetzt weiß ich wieder, was Ebene 7 war. Genau, Ebene 7 war quasi das Highlight oben an der Schrift. Alles klar. Hätte ich mal so benennen können, aber ist nicht so wichtig. Erstmal. Genau, es geht um das Mädchen namens Donja. Und dieses Mädchen soll einen Apfel suchen in der Apfel-Quest. Das ist eine Anspielung an ein früheres Tutorial, an mein zweites Tutorial sogar. Wenn man bei mir bei Videos reingeht, dann ganz, 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 ganz runterscrollt. Dann haben wir hier das Tutorial-Video Level 2, die erste Mission. Und das müsste es sein vor neun Jahren, also fast zehn Jahre her, meine erste Mission, die ich mit euch zusammen erstellt habe. Natürlich habe ich schon vorher ein bisschen Ahnung gehabt vom Average Maker XP. Um Gottes Willen, ich hatte ja sogar Sprunsworth schon 2005 gemacht. Und das ist ja schon deutlich länger als neun Jahre her. Genau, und dann habe ich später nochmal, genau, hier vor sieben Jahren nochmal ein Remake gemacht in etwas besserer Qualität. Aber immer noch nicht aktuelle Qualität. Ich bin einfach wirklich besser geworden im Erklären, im Machen von Videos. Aber hier habe ich wirklich viel dazugelernt gehabt, auch durch private Nachrichten etc. Die häufigst gestellten Fragen habe ich dann quasi mit ins Video gepackt. Dadurch ist es auch deutlich länger geworden. Fast 40 Minuten, fehlen nur vier Sekunden und das ist zehn Minuten. Na gut, damals konnte man YouTube nur zehn Minuten machen. Also zehn Minuten und 58 war das Maximum, das oberste Maximum. Und da ging das noch nicht, dass ich unendlich lange Videos machen konnte. Oder unendlich in Anführungszeichen. Aber ihr versteht, was ich meine. Da ging es sowieso noch nicht. Und ich musste ja alles ein bisschen kürzer fassen. Und das Problem hatte ich dann später natürlich nicht mehr. Und dann kamen noch zusätzlich hinzu die ganzen privaten Fragen. Was alles gefragt wurde. Und das habe ich dann alles mit einfließen lassen. Und quasi eine bessere Version des alten Tutorials gemacht. Und ich denke mal, dass das hier wirklich gut geworden ist. Für damalige Verhältnisse von vor sieben Jahren. Heute würde ich es natürlich nochmal anders machen. Aber das spielt keine Rolle. Auf jeden Fall ist dieses Spiel eine Anspielung auf das Tutorial. Ihr könnt euch gerne das Tutorial nochmal angucken. Aber nicht das Originale, weil das Originale funktioniert nicht mehr richtig. Weil damals habe ich noch nicht gesprochen, sondern das über Texteinblendungen gemacht. Anmerkungen oder so hieß das damals bei YouTube. Und die gibt es nicht mehr, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob man sich die noch anzeigen lassen kann. Spielt auch gar keine Rolle. Auf jeden Fall braucht ihr das nicht sehen. Aber ihr könnt euch gerne das Remake mal angucken. Aber das braucht ihr auch nicht unbedingt. In der Übersicht findet ihr das auch. Auch unter Mission und dann hier gleich das zweite Apfel-Quest. Genau. Falls ihr auf meinen Kanal mal guckt. Eventuell. Alles klar. Gut, das war es eigentlich schon. Viel mehr wollte ich nicht sagen. Elf Minuten, eigentlich zwölf Minuten. Das reicht, denke ich mal, für mein erstes Entwicklertagebuch. Ich werde weitere Entwicklertagebücher hochladen, also weitere Parts, bis das Spiel dann fertig ist. Ich werde jetzt, denke ich mal, anfangen, über den Stil, Grafikstil nachzudenken. Ob ich die Standard-RTP verwende oder eigene Grafiken verwende oder irgendwas aus dem Internet lade. Aber ich denke mal, es wird so eine Kreuzung aus Standard-RTP und eigenerstellte Grafiken. Was anderes kommt, denke ich mal, nicht in Frage. Komplett eigenerstellt würde zu lange dauern. Und es würde auch den Rahmen von einem 30-Minuten-Spiel einfach komplett sprengen. Dann würde ich wahrscheinlich 1000 oder 2000 Arbeitsstunden in ein Projekt stecken, wo ihr 30 Minuten spielt. Das ist überflüssig. Das ist Quatsch. Und ich denke mal, Grafiken aus dem Internet hat man immer das Problem, dass man da trotzdem noch am Ende viel anpassen muss, damit es dann ein einheitlicher Stil ist. Und nur die Standard-RTP geht sowieso nicht, weil ich einen Skin wie Donja einfach nicht besitze in der Standard-RTP und mir dann dementsprechend die Charakter sowieso neu erstellen müsste. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Es wird wahrscheinlich eine Mischmasch zwischen Standard-RTP und eigenerstellten Grafiken oder komplett eigen, wenn ich es vielleicht doch drauf anlegen möchte. Aber eigentlich möchte ich das nicht. Es soll wirklich nur ein kurzes Projekt werden. So ein kleines Fun-Projekt. Und deswegen auch Apfel-Quest. Das ist nicht ernst gemeint. Nicht wirklich. Gut, das war es jetzt wirklich von mir, von meiner Seite. Reingehauen. Schreibt mir mal eure Meinung zu dem Artwork. Und viel Spaß mit dem RPG-Maker. Ihr könnt ja mal auch ein bisschen was über eure Spiele vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ihr macht. Woran ihr gerade arbeitet. Ob ihr arbeitet. Vielleicht inspiriere ich euch auch wieder anzufangen mit dem RPG-Maker. Für einige, die nicht mehr arbeiten. Ihr könnt gerne alles in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr freuen. Ich lese mir das alles durch. 100%ig versprochen. Zwinker, zwinker. Nein, klar. Ich lese es wirklich durch. Und ich kommentiere auch definitiv eure Kommentare, wenn ich Lust dazu habe. Aber lesen werde ich sie auf jeden Fall. Genau, kritisiert das Bild. Wirkt es mir richtig rein. Sagt mir, wie schlecht ihr es findet. Und reingehauen. Ich bin dann mal weg.